Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge World of Warships hier aus CDM Studio. Mein Name ist Master Schröder und bei uns ist der Jonas. Hallo. Hi. Und der Thompson ist auch da, aber der kann gerade nicht Hallo sagen, weil der ist auf dem Örtchen. Also, ich wollte nochmal kurz wohin. Ähm, wo man langt denn? Ich würde gerne rechts lang, da habe ich mehr Schutz. Bisschen. Rechts lang? Ich bin so eine Fahnesdiadelle. Jo. Oh. Du kannst ja auch einfach, ne? Ja. Dich ein bisschen verstecken und vielleicht eventuell die Flugzeuge abschießen, die zu mir kommen. Okay. Ja, wir sollten erstmal langsamer fahren, damit der eigentlich noch aufwohnen kann. Ja. Wie gesagt, das dauert bei ihm alles immer ein bisschen länger. Ja, wirst du. Ja, Bruce. Da ist er wieder. Da ist er wieder. So, kann ich ja jetzt Gas geben. Bei Colorado raced er wieder anschmeißen. Ja. Ich bin übrigens gesichtet. Hast du die Sleep-Flagge drauf? Die ist sehr wichtig bei der Colorado. Sollte ich vielleicht mal draufgehen. Hilft zumindest ein bisschen, dann hast du 22,5 dann, glaube ich. Schneide durch die Weltmeere. Also ich war zumindest schon mal gespottet. Ich lenke mal ein bisschen, ne? Eine Schadenhost. Lass mal auf die Bayern da vorne vor dir. Bayern? Oh, ich sehe ja nur eine Fushu. Direkt vor dir, die Bayern. Von uns, unserem Team. Ach, na gut. So, an die Kliebeln komme ich gerade nicht ran, aber da hinten an die Schadenhaus. Da komme ich ran. Oh, die ist 20 Kilometer weg. Fährt relativ schnell. Auf euch haben wir mal einen rüber da. Also ich komme in die Kliebeln dran. Aber geht nicht da, wo ich sie treffen kann. Ja, rankommen würde ich auch, aber da ist irgendwie ein bisschen Bärchenweg. So, okay, da haben wir ein bisschen zu viel vorgehalten. Und ein bisschen drüber gehalten. Da hinten. Ah, ich habe einen Zerstörer getroffen. Ah, wäre schön. Der da irgendwo im Nebel steht. Doch, ist der kein... So, die Gegner Schadenhaus schießt hier rüber. Ich glaube, das geht auf die Pensacola oder auf mich. Nee, auf mich geht es nicht. Dann werde ich es kriegen. Ja. Flugzeugträger, äh, vom, vom, äh, Torpedoflieger, meine ich. Der Traut sich nicht an mich ran. Bomber. Ach, das ist eine Gneisenhau. Ja, eine Gneisenhau gibt es auch noch. So, wir fliegen mal mit hier. So, wir fliegen mal mit hier. Nein, wie ist jetzt einer drauf gewesen? Wir fliegen mal mit dem Zettel. Ja, dass wenn ich Schiff fahre, mit dem ich nicht mehr genug ran kann, ohne zu sterben. Das sind drei Schüssen. So, der Gegner hat schon mal erst das Blutig-Krieg. Das finde ich nicht gut. Verlau, ich weiß nicht, ob ich jetzt bei dir aussehe mit dem... ...Hintrink. Ich versuche, der Kapitänzerstörer aus der Mitte. Ach, Schaunos. Seit dem Nebel. Und das mit als ein Schlachtschiff. Hoppala. Da hat mir aber einer brandmutigen wollen. In rauen Mengen. Ich weiß gar nicht, warum man das machen will. Da haben wir schon Kreuze entdeckt. Da haben wir ein Schlachtschiff entdeckt. Da haben wir eine Schaunos unterwegs. Das ist die New Mexico. Da gucken wir doch mal, was wir dem verpult kriegen. Oh. Also, genau. Hm, 6000 ist schon mal nicht schlecht. Ja. Ja, ich werde mich mal kurz parken hier. Ja. Ich werde gleich nochmal auf den New Mexico gehen. Wollen wir doch nochmal ein paar tausend reinkriegen. Klar. Ja, schon mal. So, New Mexico. Wir sind hinter der Insel. Neißenau dreht ein bisschen hässlich ab. Und da sind voll Schaden dran zu machen. Bomberflieger sind hier über unserer Kneisendrovinie unterwegs. Kommt dann New Mexico gleich da hinten davor gefahren. Bin dann umschattelnde Insel. Geht er ab. Geht durch. Wollen wir es trotzdem. Vielleicht kriegen wir doch von hinten ein bisschen was reingedrückt. So, der Flugzeugträger muss hinten auch in der Ecke sein. Na, 760 ist jetzt nicht so viel. Das war ein Durchschlag, glaube ich. Ja, das war einmal Overpens. Egal, das können aber die 760 sein, die ihm dann nachher fehlen, um über Wasser zu bleiben. Weißenau kriegt Angriff von den Flugzeugträger-Dingen. Damals tausend noch ein bisschen. Guck mal, da fährt ein Königsberg rum. Das ist schon niedlich. Das ist ein Ding, ne? Keine Ahnung. Aber da kann ich auch mal eine Ziellügung drauf abgeben, glaube ich. Lass uns mal demotivieren. Demotivieren oder demolieren? Beides. Durchs Demolieren und Demotivieren. Alles klar. Ah, 5.000 Manns-Baus. Mal ein 100. Bye. Aber irgendwie ist es auf der anderen Seite ziemlich viel von unserem Team schon down. Kann das sein? Stimmt nicht. Okay. Ja, das können zwar nicht weit von allen Seiten, die Leute kommen. Sind sogar jetzt schon, da sind wir Scharnhaus, 14 Kilometern. Wieder den 3 ziehen wir mal. Da habe ich nur zu uns noch verstecken. Jetzt. Probieren wir uns mal in der Scharnhaus dort. Einer durchgekommen ist der Scharnhaus. Oh, Königsberg hat es weggeknallt. Guck mal, was wir jetzt in der Scharnhaus mal anstellen. Ah, die 1.000. Was ist noch eine Königsberg in 14? Dann hast du mal auch ein bisschen was. Hilfe. Oh, Torpedofleger. Wo, wo? Oh, Königsberg, das war ein bisschen schon an der Wehrgericht. Er hat sich immer stadt. Oh, in der Belfast ist er auch noch. So, ich habe ein paar Flugzeuge runtergerückt. Ja. Ja, war flott. So eine heftige Arnte hier. Ja, Königsberg, USF. Amerikanischer Kreuzer. Ich muss mal drauf hier wieder auf der Emerald, oder auf der Belfast, genau. Jüdenkirk im Heck ist auch nicht schön. Au. Hier ist überall nichts schönes. Was? Das hier ist alles nicht schön gerade. Ja, ich weiß. Oh, jetzt habe ich nicht aufgepasst. Das kann nicht sein. Du schießt mit Haar E. Und raus. Und renn weiter. Geht's euch da? Echt. Ich bin bald tot. Zumindest, ich bin wahrscheinlich gleich tot, weil jetzt habe ich eine Gneisen auch vor mir und zwei Leute zielen auf mich. Ich weiß nicht, wer der zweite ist. Achso, die Charnos. Oh, verdammt. Oh, der Betopfleger. Einen Kilometer. Das ist gerade echt nicht auf. Was, Baby? Gerade. Geht's. Echt drauf, Leute? Hm. Der Regenunerige Team steht kurz in dem Giebz-Affterminen gerade hier. Sollen wir mir was Neues erzählen? Ist schon Fake News. Hm, glaube ich auch. Oh, das sieht aus. Was? Ah. In den Hacker war ich nicht drauf. Ich kann aber nicht nur die mit denen. Wecke Boller hier. Oh, jetzt mach ich mal kurz ins Zimmer. Ja. Ich bin tot. Oh, die waren aus der Montorido von mir. Das finde ich hier gut. Ich bin hier echt nur noch. Na gut. Du bist echt beliebt, ne? Was? Du bist echt beliebt. Die wollen alle Ketten haben von dir. Ja, ja. Ich weiß das schon. Ich dachte ich kann allerdings noch so lange ein bisschen überleben hier. Aber dann geht's nie los. Nächstes ist warm um den Schiff. Jetzt kommen sie aber auch alle raus aus ihren Löchern, ne? Wie man versteckt sich das ganze Gefecht bei Angst vor Schadenheit. Und jetzt kurz zum Schluss. Da kommt sie nochmal wieder hier um die Ecke. Ja. Aber die Autopäne ist auf der Schadenhaus, die haben nicht gewirkt. Aber die Autopäne ist auf der Schadenhaus, die haben nicht gewirkt. Ja. Ich möchte noch mal einen Spaß hier. Ja. Mann, ihr Dreckskreuzer, ihr wisst aber auch echt wie ihr zu fahren habt. Das ist aber nachher überlebt ihr. Ja. Das ist aber auch alles. Naja gut. Schadenhorst Sieg? Geht wohl nicht. Hatten wir gestern schon mal das Thema. Aber was willst du machen? Ich habe trotzdem 90.000 Schaden gemacht. 54 Treffer gesetzt. Ein Zieltreffer mit einem Torpedo. Nicht schlecht. Geht. So einen Unterstützer habe ich gekriegt. Feuerfest bin ich. Kampfauftrag habe ich abgeschlossen. Aha. Sehr gut. Du bist doch erst am Team. Also. Teamwertung, ja. Hm. Ich würde mal sagen, wir drei haben unseren Job gemacht. Aber irgendwas anderes hat da nicht so funktioniert. Keine Ahnung. Irgendwie, vielleicht waren die Gegner auch einfach an manchen Stellen das Quäntchen cleverer als wir, ne? Besser koordiniert. Irgendwie, ja. Gut, was willst du machen? Durch alles mögliche hier hin und her. Warte, ich hätte wieder volle Beflackungen drauf, ne? Das hätte wieder ordentlich was gegeben. Naja, gut. Aber mein Kapitän lernt. Und das ist ja Ausbildungsfot für den Kapitän damit. Das war eine Folge. World of Warships hier aus Team Game Studio. Mein Name ist Master Schroeder. Mein und zwar der Jonas und der Thompson. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Auf Wiedersehen. Servus. Tschöö.